Hallo Freunde herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Pokémon Rot und jetzt geht's los in die Dunkelhöhle ganz dunkel ganz finster und zwar werden wir über die Gehörmann nach voll das war der erste Trainer wahrscheinlich glaube ich in Fleckmont ich weiß und das erste Punkt kommt natürlich und das ist wie immer ein kleines begleitende wird den Steil im Kopf Welt im letzten Part haben wir die mit die nächste ruhig ich kenne mich über die Niederholung hier aus ich bin ich glaube Rute 8 oder Rute 9 Prozent von Abzug ist sie zu Dunkelhöhle Prozent abgeschlossen lag vollkommen wenn es aber Sternschauer Bord es gibt so nicht das ist doch so weit von unnötig ohne Witz wenn man dürfen Flecken morgen wer anders der Wiese sind ganz dann benutzt man einfach mal Ackerknarre das wird schon her Knochenkeule kannst du mal ziemlich in deine Hose stecken Boah das richtet er ab irgendwie und das erste Pökemon mit 100 Kp jetzt kommen Fleckmann ich hab's doch bewusst was das am Anfang Trakos einsetzt hätte ich nicht mehr gedacht okay mit 24 Kp und versuchen Fleckmann zu besiegen ich bin mal gespannt okay Volltreffer passt schön 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 das gefällt mir Game Over ja das ist wahr so jetzt muss ich mich ein bisschen konzentration Richtung nach oben also wenn man dann reingeht dann muss man gleich runterwärts dann geht's rechts und dann nach hoch da ist dann eine Treppe danach geht die ganz recht an die Mauer ganz runter also immer am Rand entlang am besten und irgendwann kommt dann wieder hier ein Trainer zu Hause zeig ich gern Pokémon der hat glaub ich ja okay die haben fast alle Fleckmann die Pokémon Maniacs da benutzt mir natürlich auch einen Donnershot der ist immer nicht so einfach zum besiegen leider Leiter Gottes aber ich glaube doch nicht ganz aber es paralysiert in der Sommeraufgabe für alle Fälle so okay es hat es bald unser erstes Buchmann leider K.O blödes Trakosso ich bin durch Schöpfe so und dann müsste ich gleich ich nach oben und gleich gewinnt rechts weiter geht nach oben da befindet sich auch noch eine Trainerin mit Pflanzen Pokémon und warum war ich zu tun warum wechsel ich die Pokémon nicht ah Gott ja mir auch klar und Knopf wenn das so wie ich weiß oder diese Samen diese Samen glaube ich war es hat dann sie Samen und die Verabschauber das hat man mal eine Blut ein die Entschuldigung das habt ihr nicht gehört wie ich sowas liebe da geht mir den Herbst auf oh man, genau dieses haben wir das, ja ich lasse aber lieber nicht die Sandra kämpfen weil sie es auch von Typ Boden jetzt hat und das ist nicht gut deswegen halt noch mal weiter mit Blut ein ich glaube das ist auch das beste jetzt erst mal und Ragnid nützt dir auch nichts okay irgendwann müssen wir Paralyzer uns Kräfte immer müssen Paralyzer zahlen eine Attacke aber trotzdem gerecht ist für ein Sieg Jey Tor 1 0 auch ich hab von Lohr ja noch nie gewusst danach geht's nach oben und dann nach rechts und dann wieder nach oben aber schön an dem Bau bleiben weil da befinden sich glaube ich zwei Wanderer oben links und irgendwo unten der wo nach unten schaut und der linke schaut nach links glaube ich so genau weiß das jetzt aber auch nicht mehr deswegen schön am Rand bleiben damit wenn du uns nicht erwischt und danach links und da wird sich die nächste Treppe danach geht man wieder nach links geht runterwärts geht dann aber dann gleich geht dann gleich hier rum also nach rechts nochmal gleich nach rechts gehen also nicht weiter nach unten gehen so nach rechts also der wo die wohl wo das jetzt verbleiben machen wollen die helfe ich da jetzt ein bisschen und gleich nach rechts da befindet sich jetzt gleich wieder ein Trainer den kann man dann aber so wir kommen zurück wenn man da die Treppe jetzt entlang gegangen ist ja okay was heißt einfach draufgehe dann runterwärts und dann hast du den Bock und siegen und zu beenden achten und danach weil gerade aus aber sagt man wird man muss weit wie möglich unten sein weil da oben Prozent oben befindet sich auch wieder ein Trainer und da gibt es einen Trainer und er hat die Welt gewaltiges Pokémon ich habe euch noch nicht verraten dieser Herr ja haha kannst du mich besiegen der Spruch sagt schon alles weil mit dem ich nicht zu sparen zwar nur ein Kleinstein schon mal Level 21 aber das kann auch etwas reinhauen mit dem verkrückten Arm ähm wenn es mir mal eine Ackerknarre für einen K.O. ich weiß nicht ob es dann Volltreffer war und dann hat es nochmal ein Kleinstein und dann hat er die Weiterentwicklung von Kleinstein wie jeder von euch weiß wird es äh ist das ein Geo-Rock und dieses Geo-Rock hat ziemlich was auf dem Kasten da muss man wirklich aufpassen ich bin mir schon mal passiert ich 1 oder 2 Mal in der Höhle draufgegangen bin weil ich auch unergelehrte Punkt haben ja Finale ich weiß nicht ob es kann Finale oder Explosion äh da mein letzter Punkt zu schon haben und das ist wirklich gewaltig wir kommen noch eine Menge IP 600 äh 600 du bist du weißt viel des guten ohja genau bei diesem Trainer da wo wir dann gleich äh hin müssen ähm ist Prozent es wird zum Punkt im Endeffekt da aber wenn man denn man kann ja auch die Kornhaus können wenn man jetzt nach ganz links läuft bis zum Rand oder nach oben geht wenn man jetzt hat aber eine Prozent Prozent ein Schritt nach rechts geht und mal nach hoch nach oben geht dann schaut er nämlich das schon nicht nach unten und dann Prozent wird ihr getroffen und der hat einen Fleckmann und dieses Fleckmann hat mich umgebracht ja halt mal privat jetzt hatte also nicht jetzt hier oder so sondern schon privat da muss man auch aufpassen man muss jetzt hat wenn man wenn man die die oben rechts die Treppe da dann äh wieder rauskommen dann muss man gleich rechts ganz runter bis es nicht mehr runter geht weil da befindet sich eine Trainerin danach ganz links bis zum Rand dann ganz weit runter bis es nicht mehr geht und dann wieder ganz rechts als zu schlagen förmlich Prozent dann die Prozent hinweg gleiten auskontern am besten Euro ein Konigs auch kein schlechtes Punkt Mund haben wie jeder weiß in der Punkt und rot-gelb-blau und in die Ton er kann sich leider ohne ich noch nicht er will nach Kieler zu Stahl und weiterentwicklung Prozent bei den Stahlus Stolos ist Prozent Prozent Stolonio Stolos und Stolos und Stolos Stahlus ist dann die weiteren Willen von Unix so und gegen die Arena die Trainerin die Inter die Moritz kämpfen die Womau zieht aus dem Irakler hat wird unsere letzte Trainerin fein in diesem Tunnel da du kannst du schon später das ist mir auch okay denn wenn es normalen Feuerpuppen dafür wenn es mal die Lutzjahrt die Schnelliger Präger Paralyse 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 äh älter das ist nicht Paralyse als Kopf muss man ja französisch kennen ich mal gespannt weil ich ihn wieder lernen kann damit ich ein französisches Let's Play rufen kann der guten für meine Stimme wird im Kram ein bisschen rau so als kommt es auf sieben war wie ich mich da irgendwie als hätte ich da irgendwie recht von Poker Prozent von Externe und diese Fans irgendwann offen damit ich danach schon kann gemütlich ein guter Prozess vorher vorhanden solch darf aber wieder Pickel hören bisher ist noch kein einziges Bogen von gestorben aber ich glaube jetzt langsam so weit ich hätte ja eigentlich auch Niederkriegen benutzen können und er hat mit Donnerblitz das auch gelöst aber wenn du das kannst warum nicht mehr LL 27 dort wieder den Bullen besiegt alt meine Puppen und wurden besiegt ich nie gedacht ich habe mich irgendwo befinden die dann noch ein Poker Ball da bin wir in der Höhle befinden sich sehr viele Poker Bälle so viel ich weiß aber ich war noch nicht so richtig aber so ihr die Dunkelhöhle noch nie richtig erforscht gehabt ich habe nie richtig Lust drauf was bist du oh nein Aquaknarre Festtunnel Azurias City Lavandia und jetzt kommen wir langsam aber sicher zu einer Stadt in dem viele Selbstmorde begangen worden sind und zu einer Art Friedhof bevor wir dahin gehen werden wir uns hier das Item Top Edda holen von diesem Busch und gehen mal Richtung nach unten wir werden die Trainer dann irgendwann anders da mitnehmen weil ich will es dazu gut zu schnell wie möglich dann in die nächste Stadt zu gehen äh Stadt gehen befindet sich das bisher wird die mysteriöse Stadt Lavandia dem Mythos Lavandia diese Musik die ihr wohl äh nun hört wurde verändert das bedeutet im Puppen und in der allerersten Edition was nicht in Europa erschienen war eine andere Musik in der Lavandia und diese Laue diese musste die diese Lavandia Musik die Stadt Musik hat vielen Kinder und Prozent zum Selbstmord gebracht zum Beispiel aus dem Haus springen sich ertrinken abschlagen mehr will ich nicht angehen aber um das zu wirklich so und da ich weiß nicht ob das ein Mythos ist oder so aber man muss da wirklich aufpassen früher wusste man ja halt noch nicht so richtig über Musik und um die Hypnose und so alles Bescheid das ist halt das Problem bei früher gewesen da muss man auch wirklich auch bei mir hier dieses glaubst du an Geister hätte ich nicht gedacht was soll ich mir nicht sagen nein glaubst du an Geister nein ha 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 natürlich nicht und diese weiße Hand da auf deiner Schulter ist natürlich nicht echt die diese Stadt ist als Ruhestätte für Pokémon bekannt im Pokémon Turm werden Andachten Schöcke Andachten Andachten gehalten okay Geister sprungen im Pokémon Turm ich glaube das sind die Geister jener Pokémon die das Team Rocket auf dem gewissen Team Rocket hat Pokémon getötet das wurde aber noch nie in der Folgen und folgen preisgegeben oder ich weiß gar nicht Herr überrascht mich jetzt die Pokken getötet sind das für Schweine oder gibt schon belebe zum Kaufen und Superschutz nehmen wir mal da mal ein paar Superschutz mit Team werden reichen um Wörter Wörter Böden benutzten dann Prozent mit was kommen nachher kommen und lieber nichts mehr weil ich bin dann kein Platz mehr in Wendor Kennedy's Musik die Bündnis die Bündnis die Bündnis die ruhig bekommt die Kopfschmerzen habt ihr leichte Verwirrungen wenn ob die Befahrten Sandrall lachen 20 MN Pelle Lachen von die Karte lässt sie werden von sich das hört sich gut an ich bedanke mich für zuschauen wir sind und dann nächsten mal wieder mit der Zeit mit Let's Play Pokémon rot ich bedanke mich natürlich wieder um wenn euch dieser Part geholfen hat und für Tricks oder ich weiß nicht was oder auch gefallen hat dann können die ihn natürlich auch mit einem Daumen nach oben unterstützen ich würde mich tierisch freuen gut bis zum nächsten mal gee